ARD Text im Auftrag von Funk Für dich, für den Buben noch. Für den Buben ist halt nicht gröslich. Was habe ich für Buse? Kriegen was? Dass der Vater dich aus der Schule genommen hat, das hat mir nie gefallen und der Mutter auch nicht. Für uns ist es eben normal, dass wir kehren. Aber ob es für den Buben normal ist, dass er nie gehört? Mo, mo. Komm, schau. So. Brot hat er gestohlen. Der Buben hat seinen Lapp dich nie in Schlacht gewissen. Los, Rob! Der kommt mir nicht mehr ins Haus. Der gottlose Satan. Der Gott im Auftrag von Funk UNTERTITELUNG